Stellt ihr euch nicht vielleicht auch die Frage, mit welcher Geldanlage man im Jahr 2020 eine gute Rendite erwirtschaftet hätte? Genau diese Frage habe ich mir auch mal gestellt und habe mir mal die Top 3 Performance ETFs in 2020 angeschaut. Und damit hallo und willkommen meinem Finanzdino und viel Spaß bei diesem Video. Wenn du keine weiteren neuen Videos mehr rund ums passive Investieren, insbesondere mit ETS verpassen möchtest, dann haue doch den Abo-Button und die Glocke. Dann wirst du nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Wenn dir dieses Video hier gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben dalässt. Und jetzt starten wir jetzt auch schon hier mit diesem Top-Performance-Vergleich im 2020. Ganz kurzer Rückblick mal, was ist denn eigentlich so in diesem Jahr schon passiert? Wir haben einen neuen Virus gehabt, der im Prinzip die ganze Welt immer noch in Atem hält. Einen unfassbaren, schnellen und krassen Börsencrash erlebt. Und dann im Prinzip eine genauso schnelle und heftige Erholung wieder an den Kapitalmärkten gesehen. Und mittlerweile, ja, fragt man sich in der Wirtschaft und auch in der Politik, gibt es eine zweite Welle? Gibt es einen zweiten Lockdown? Und da überschlagen sich eigentlich tagtäglich wieder die Nachrichten und die Infektionszahlen. Wir schauen uns jetzt aber mal an, mit welchen ETFs man im Jahr 2020 eine richtig ordentliche Performance hingelegt hätte. Und an der Stelle schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was der Top-Performance-ETF hier für das Jahr 2020 zu diesem Stichtag an Performance hingelegt hat. Schreibt jetzt den Kommentar, pausiert das Video ganz kurz und dann bin ich gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Mal gucken, wer am nächsten dran ist. Wir fangen an mit Platz 3 dieser Auflistung. Platz 3 dieser Auflistung, das ist der Invesco EQQQ Nasdaq 100. Die Beschreibung dieses ETFs quasi, das sind die 100 größten und innovativsten Unternehmen außerhalb der Finanzbranche, die an der Nasdaq gehandelt werden. Und der hat eine laufende, oder eine Performance im laufenden Jahr von 23%. Ganz, ganz stark, auf jeden Fall dieser ETF, wie er gelaufen ist. Wir schauen noch mal ganz kurz hier auf die Grunddaten. Es ist ein ausschüttender ETF, der physisch abbildet. Über 3 Milliarden US-Dollar haben wir hier im Fonds. 0,3% beträgt die TER. Wir haben eben knappe 100 Positionen hier. Aber die Top 10 sind schon mit über 50% gewichtet. Und das liegt, wer hätte es gedacht, vor allem an Apple, Amazon und Microsoft. Die nehme ich schon hier quasi ein Drittel des gesamten Portfolios im Prinzip ein. Also eine sehr starke Übergewichtung dieser drei Unternehmen, die aber natürlich auch sehr, sehr Performance-Treiber waren in diesem Jahr. Insgesamt ein sehr spannender ETF, der auch im Jahr 2020, zumindest wenn man der Prognose hier mal in Folge Glauben schenken darf, auch sogar seine Ausschüttung, seine Dividenden steigern konnte. Und auch wenn die Dividendenrendite hier nicht unbedingt stark ist, liegt natürlich auch vor einem sehr stark gestiegenen Kurs. Auf jeden Fall sehr interessant und cool zu sehen. Ein ganz kurzer Blick auf die Krisen-Performance. Da hatten wir im März, was ja so der Minus-Monat der meisten Aktien und ETFs, war eine Rendite von minus 7,5%, um dann im April mit über 15% quasi völlig zu explodieren. Unfassbar also, was da abgegangen ist in diesen letzten paar Monaten. Insgesamt finde ich diesen ETF sehr, sehr interessant. Und seit der Auflage des ETFs, das ist auch schon eine ganze Weile her, das war nämlich im Jahr 2002, haben wir hier 13% Performance pro Jahr erwirtschaften können. Das ist wirklich ununfassbar. Und im Jahr 2019 hatten wir zum Beispiel über 40%. Das ist also der eine ETF, der hier eine starke Performance abgelegt hat. Auf Platz 2 der Liste eine kleine Überraschung vielleicht. Ein ETF von iShares und zwar Global Clean Energy. Da fragt man sich jetzt vielleicht, krass, wie kann das sein? Naja, also einmal ist das Thema Energie und Energieversorgung ja auch nochmal vor allem durch den extremen Fall des Ölpreises nochmal so ein bisschen in den Fokus auch gerückt. Gut, ich kann mir jetzt hier nicht ganz erklären, wie wir jetzt hier bei diesem ETF auf eine so starke Performance gestoßen sind. Dazu kenne ich mich im Energiesektor aber leider auch nicht genügend aus. Hier haben wir eine laufende Performance in diesem Jahr von 31%. Richtig krass auf jeden Fall. Hier auch nochmal ganz kurz der Blick auf die Facts quasi des ETFs. Ausschüttend physisch auch fast 1,3 Milliarden US-Dollar im Fonds. Die TER relativ teuer mit 0,65%. Und hier sind gerade mal 43 Positionen drin. Die Top Ten nehmen hier schon einen Anteil von auch wieder über 50% ein. Und auch hier wieder die Top Ten Positionen sind sehr stark US-lastig. Insgesamt war es das eigentlich auch dann schon fast mit Amerika, denn die nehmen mal überraschenderweise nicht 50, 60% ein, sondern hier nur 40%. Auf jeden Fall auch sehr interessant mal zu sehen, wie sich solche kleinen Fonds dann aufteilen. Und wir haben natürlich auch schon in Top Positionen dann die Amerika-Werte. Dementsprechend kommt diese starke Gewichtung hier zustande. Hier hatten wir eine interessante Performance im März von minus 20%. Und seitdem haben wir uns so um die 10 bis 11% gehalten, zumindest im April. Und dann auch im Juli hatten wir eine ganz, ganz starke Performance. Also haben wir schon zwei, fehlt noch einer. Und bei diesem ETF handelt es sich um eine Gruppe im Prinzip von ETFs, die dieses Jahr unfassbar stark performt hat. Und ich habe mir einfach mal hier den Top ETF rausgenommen, der dazu auch noch eine bestimmte Laufzeit hatte. Nämlich existiert er schon einige Jahre. Und dementsprechend ist dieser hier jetzt also einfach aus der Kontinuität quasi heraus auf Platz 1 gelandet. Es handelt sich hierbei um einen ETF von UBS, und zwar den Selective Global Pure Gold Minus ETF. Na klar, Gold hat im Jahr 2020 einen unglaublichen Hype erfahren. Und auch dieser ETF ist sehr, sehr gut gelaufen. Auch wieder hier kurzer Blick auf die Ertragserwendung ausschütten bei einem physischen ETF, der noch relativ klein ist, mit gerade mal knapp 90 oder 100 Millionen US-Dollar im Fonds. Eine TER von etwas mehr als 0,4 Prozent, etwa 30 Positionen. Und hier auch die Top 10 schon wieder mit über 50 Prozent. Und dieser Top-Performance-ETF hat in diesem Jahr eine Performance von knapp 42 Prozent erwirtschaftet. Unfassbar, im gesamten Jahr 2019 waren es 43 Prozent. Und jetzt sollte es zumindest so in irgendeiner Art und Weise weitergehen, sind wir hier auf jeden Fall drauf und dran, dieses auf jeden Fall zu knacken von der Performance. Die Top-Positionen hier sind im Prinzip ja alles nur im Gold-Segment. Und insofern, ich bin ja nicht in Edelmetalle investiert und kann jetzt auch zu einzelnen Unternehmen hier leider nicht wirklich was sagen. Auf jeden Fall aber sehr, sehr spannend und auch eine sehr starke Gewichtung mal anderer Länder. Denn hier ist der US-Anteil gerade mal 5 Prozent groß. Aber was wäre ein weltweiter ETF nicht ohne eine Nordamerika-Gewichtung? Über 40 Prozent hier in diesem ETF sind in Kanada investiert. Sehr spannend, werden wir uns jetzt mal hier die Performance einfach mal angucken. Da hatten wir im März auch eine relativ schlechte Performance von minus 15 Prozent. Und dann im April der absolute Kracher 42 Prozent. 42 Prozent nach oben geschossen. Das ist unglaublich. Es ist die insgesamt zweite beste Performance. Um ungefähr einen Prozentpunkt hat man hier einen Monat aus 2016, nämlich den Februar verfehlt, um die beste Performance überhaupt hinzulegen, seit dieser ETF existiert. Also unglaublich, was sich hier in diesem Jahr getan hat, was den Gold-Sektor angeht. Und dieser ETF ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein interessantes Investment, wenn man sich mit dem Thema Gold näher befassen möchte. An der Stelle natürlich nochmal der Hinweis, das Ganze ist und war natürlich hier in keinster Weise eine Anlageberatung. Ich bin nämlich lediglich Privatanleger und es ist nur meine persönliche Meinung, die ich euch hier quasi auf die Ohren gebe. Und insofern seid ihr bitte immer für eure eigenen Investmententscheidungen verantwortlich und seid euch bewusst, dass ihr euer gesamtes eingesetztes Kapital auch verlieren könnt. Was sagt ihr denn zu diesem Top-Performance-ETF? Hättet ihr gedacht, dass die so stark performen, hättet ihr vielleicht eine bessere oder eine schlechtere Performance erwartet? Schreibt mir da gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Und mich würde an der Stelle auch interessieren, seid ihr eigentlich in Gold investiert und bevorzugt ihr da ein ETF oder ein ETC oder das Ganze lieber physisch? Also, das war's mit diesem Video heute mit den Top-Performern im Jahr 2020. Abonniert gerne den Kanal, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann! Bis dann!